Okay, da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge. Für euch ist es ein Tag oder zwei. Für mich waren es ein paar Sekunden. Ich fahre einfach direkt weiter. Und ja. Worüber könnte man denn so reden? Schreibt einfach mal am besten. Das kommt jetzt sehr früh. Das wird mich ein paar Tage erst, wenn überhaupt hochgeladen. Schreibt einfach mal Kommentare in die Kommentare. Schreibt einfach mal Themen in die Kommentare, worüber ich mal reden sollte. Vielleicht interessiert euch ja meine Meinung. Zu bestimmten Themen. Und pluff. Äh. Was ist das hier? Mal zu erzählen. Wie geht's? Falls ich mich so ein bisschen verschlupft anhöre. Im letzten Part habe ich es erwähnt. Und zwar habe ich so ein bisschen schlupfen. Ich hätte mich auch nur die ganze Zeit nützen, weil ich niesen musste. Was nicht so toll ist. Und ja, also würde ich sagen, hier ein paar Abstand, oder zwei, 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 dann hier, dann hier, dann hier, eins, abstand, da, dann eins, zwei, drei, und eins, zwei, drei, also hier. Ich würde mich vorstellen, würde da dann, äh, halt, oh Gott, ich fange mal, sich die Kartoffel essen, das wäre kontraproduktiv. Das ist nämlich der einzige, der sich hat. Die sieht doch so ziemlich chaotisch aus, weil ich den Weg noch nicht ausgebessert habe. Hat auch nicht wirklich Zeit dazu. Okay. Vielleicht ist es so glücklich jetzt zu spenden, aber ich habe keinen Bock drauf, da langsum lang zu bocken. Okay. Erstmal das Wichtigste. Mir läuft gerade übelst die Nase. Erstmal das Wichtigste. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. Ich habe sogar noch ein bisserl paar Knochen, ein bisserl paar Knochen, ja genau. Okay, das war nicht. Da, nein, da doch. Oh, keine Ahnung, da haben wir direkt drei Kartoffeln rausgekriegt. Da haben wir eine vergiftete Kartoffel rausgekriegt. Da, nein, da, 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 da Ich glaube so knapp über ein Feld passt auf ein Feld, knapp über ein Stack passt auf ein Feld, glaube ich. Ich schrie gerade wenig, wenn überhaupt. Okay, dann hätten wir schon ein paar Kartoffeln. Ich würde mir jetzt ein paar davon backen. Und ja, dann hätten wir jetzt auch schon mal eine Farm. Das ist ja mal ein Fortschritt. Was? Gut. Oh, fail. Okay, das sieht gerade sehr ruckig aus. Ah, aber das ist richtig. Ich bin eine Biene. Ich würde jetzt spannen gehen. Hier wurde schon mehrfach und das finde ich sehr gut von euch geschrieben, dass ihr meine Videos halt gut findet. Und ja, also das macht einem so richtig Mut, dann halt weiterzumachen. Ich glaube, wenn ihr das jetzt gemacht habt, hätte ich jetzt schon nicht mehr so viel Bock auf YouTube. Also da großen Dank an euch. Ich mache mich nicht immer als schnappisches Namen, wenn ich schnappen habe. Ähm, ähm, da. Ich habe jetzt noch ein paar Kraweele. Ich habe noch ein bisschen zu wenig Kraweele. Okay. So, dann was ich hier machen könnte. Ist ein paar Kisten aufstellen. Oh, scheiße, ich hatte dich schon auf dem Bench. Okay. Okay, erstmal so ein paar Kisten machen. Sechs Stück sollten sie für das erste reichen. Ich möchte mich da so ein bisschen rein und lernen, wie sich das anhört. Ich möchte mich nicht treffen. Ich möchte mich nicht treffen. Ich habe noch Zombies für eine Reihe. Es ist nicht normal. macht die meck denn im reichstag ich werde übrigens nicht im dorf residieren sondern ich werde mir auf und in dem berg ein haus bauen ich werde aber hier erstmal so ein bisschen schöner das haus werde ich übrigens abreißen beziehungsweise ja doch abreißen eigentlich auch gerade machen haha ich töte dich mit deiner eigenen rasse das ist echt schlimm ich mache gerade mal so ein bisschen mein inventar leer ich stelle ich mal hin und zwar macht sich doch hier ganz gut packen kann man hier vielleicht brauchen und hier entschuldigung weil ich gerade mein mikro so ein bisschen geraschelt hatte ich mir gerade dran gekommen ich würde mich gerade mit dem video in die nase putzen aber meine nase läuft so übel widerlich ja komm dafür mache ich mir doch eine axt und eine spitzhacke und axt kurz nachts kurz nachts oh wir müssen mal radikal die fenster rausreißen Zähne kann man immer gebrauchen Eigentlich nicht, aber egal Ich habe vergessen einen Timer zu stellen, so wie immer Was soll ich so scheiße haben mit der Stimme? Ich weiß, meine Stimme ist einfach grässlich Ja, was könnte ich beim Bauen so interessantes reden Diese Stille Ne, aber jetzt mal ehrlich, was könnte ich hier interessantes reden gerade Gift? Nichts Warte gerade platt Warte gerade platt Genau Ich komme, äh, ich bin ja so ein Dorfkiddy Also ich habe noch nie in der Stadt gewohnt Fuck Ich habe noch nie in der Stadt gewohnt Und Dementsprechend kann ich auch recht gut platt Naja, gut, eigentlich nicht Ich kann es nur so ein bisschen Was ich halt so aufgeschnappt habe im Laufe der Zeit So Und schon steht in diesem Dorf ein Haus weniger Und was ich gerade mal machen werde ist Ich werde den Brunnen nicht abreißen, aber ich werde ihn eins tiefer setzen Wohin 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 Ich werde hier das 1 zu versetzen. Ich werde hier das 1 zu versetzen. Ich werde hier das 1 zu versetzen. 1. Falscher Block, 2. Falsches Gesetz. 2. Falscher Punkt. 1. Falscher Block, 2. Falscher Block. 2. Falscher Block. Das wäre das 1. Falscher Block. Wir müssen fertig sein, das tut mir echt leid, dass ich halt so ein bisschen verschnupft bin, aber ich kann auch nix machen und ja, und so, krass, die Seite habe ich gar nicht hochgezogen, trotzdem ist sie hier so hoch. Kluck, 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 kluck. Dunkel. Und die Nacht, sie bricht heran. Was mache ich jetzt so schnell? Komm, bis sich rauskommt, geht. Hat ja recht lange gedauert. Hat er in unser Haus? Wer hat hier was gemacht? Ah, squelette prende la morgue. Okay, ich hatte da, da. Dann, da. Hmm, das ist der erste Mal. Oh, das läuft. Wie ist denn, bitte? Das könnte wirken. Ich hab gedacht, der wäre ein Pfeil, das Ganze wirken wird sein. Wirken wird, wirken das Holz. Ich habe das alles schon verbraucht, kann ich sagen. Ich habe das alles schon verbraucht. Okay. Ich habe das alles schon verbraucht. Mein Arm tut gerade so ein bisschen weh, dadurch, dass ich mich gerade die ganze Zeit durchspiele. Das ist ein bisschen komisch halt. Das fängt an weh zu tun. Super Fail. Mann, entscheidet euch mit draußen oder drinnen, aber irgendwas. Geh da weg. Geh da weg, hab ich... Junge, du wirst nicht hören, oder? Wie kann das sein? Ich habe hier sogar noch zwei weniger. Hä? Das ist hier irgendwo gravel, wo man abbauen kann. Nein! Hier war doch, glaube ich, wir uns verkehrt. Weil... Was ist das? Ich habe hier mal geguckt, und wir nehmen tatsächlich schon jetzt... Also, ich nehme jetzt die Folge hier tatsächlich schon über 20 Minuten auf. Das ging sau schnell für mich gerade. Und dann würde ich sagen, beende ich hier einfach mal den... Sechsten? Ist das der sechste Part? Ich glaube, den sechsten Part. Und äh... Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020